Musik Liebe Volksmusikantinnen und Musikanten! Am 26. Dezember findet die Sonderschäcke im Hotel Opina im Schäckentower Musikstube statt. Musik wird vom Nachmittag ab 2 bis nach Mitternacht. Mehr vom Echo vom Reichen, die Frau wie Deiss auf einer Hauf von Musikantinnen und Musikanten. Und viele Gäste kommen nach Hause und genüßt ein paar gemütliche Stunden zum Schäckchen. Musik 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 Musik